Scheiße, danke. Jaa Wohl schnell Ach nein. Ich kann doch wohl anhalten... Kannst mir ja sagen warum es hier nicht das ist. Jaa Wie sonst schon gehört hat Highlight das auch wieder am Startborn Von TikTok instagram alles. Taaaahhhh Die haben einfach meine Cola in meine Cola geschüttelt Wie geht das? ja ohne dass sie oh ich enttraue dir nicht du siehst doch schon so aus recht ich schreiß es die ganze Fahnen weg denn hol den Klaas krass ja noch Zeit kannst du was ja 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 meine Güte typisch Mensch ok welches hässige Tier ist sie in meiner Nähe ok ich hab ne Weile nicht mehr gespielt und die andere Cola 2 ich hatte eigentlich 8 oder 5 du kriegst nicht so viel doch boah was ist die Batsch ach ja er schickt ja er muss ja wieder laufen ne war doch schon bist doch letzte Folge gestorben ach man er ist doch wieder da ach man so mal gucken du musst was essen und trinken so sagt den Charakter nö nö ich spring mich um in die Schulter h 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 hier oben brauchen wir mal Licht, ich seh hier gar nichts ich seh hier schon wieder keine Zombies, kann das sein dass er schon wieder auf friedlich ist? ist er schon wieder auf friedlich? nein aha und sag mir mal wo sind denn die ganzen Zombies? warte kurz Jason wir sind doch gerade erst gespawnt, sie kommen erst später nur die haben gut frei gegeben, wenn diese Bier auch schnell einstecken sie mir so oder so am Arsch ich seh kranker Geräusche ok wo, war das hier? Einstellung des Spiels gegnerischer Akkessiz normal, hä? wir haben alles normal wir haben alles normal kein Plünderer, du weißt nicht schon wieder, das ist normal ne hier ach guck mal da stehts Ein Plünderer, die einfachsten Einstellungen ist für Anfänger gedacht du bist kein Grundknabe mehr gedacht wir erfahrene er ist sicher nee du schulder oh das bin ich nee 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 Krieger jetzt hängst du an zu beeindrucken Kinder bitte nicht zu Hause nachmachen Na, nein, du mal nicht mutig bist Du bist nicht mutig Sag jetzt nicht Das müssen wir Das kommt schneller rein Weißt du was? Am Ende, wenn wir das Spiel durch haben, müssen wir das mal testen, okay? Alle Schwierigkeitsgrads Nein, wir können das am Tag 14 anmachen Nö, Tag 100 Nein, Tag 14, dann haben sie gleich sofort in unsere Base Wir haben uns gerade erst wegen wir gemacht haben Dann brauchen wir einen Raketenwerfer Du weißt, wie viele Kugeln die aussahen Diese Kugel ist sicher Ich warte jetzt bis es morgens los Okay, wir können auch jetzt gehen Hallo, wir haben die Taschen anbohlen Komm, der wird aus der Blitzkirche Wir werden nicht dazu verbracht Äh Wukka, 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 wukka Es kommt auch kein paar Lalalalalalalalalala Okay, wie kann ein Karakter so schnell wieder Hunger bekommen? Wie das aussieht Guck mal, laut dem unteren Inventarslot, ne? Ja Das ist so ein Riesenfleisch Und dann kommst du das in deine Hand Einfach Enttäuschung Deine hat wieder Hunger Kein Hunger? Kein Lohr, Soha SOS Wir brauchen Hilfe SOS SOS Dieses Haus halten wir Mit allem, was wir am Teil haben Nein, nicht, denn wir würden die Jungs ziehen Hast du nicht verstanden, wie wir jagen dieses Mal nichts in die Luft Jason, das hat mich gefangen Was war das? Da fliegt was rum Na, jetzt fliegst du Oh mein Gott! Ein Dermot! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da ist ein Dermon! Wenn Sterne Jason, dumm ist und alle zum anlockt Ein Kühlstrank haben wir schon Zapfspü... So, ah, Zapfseule Hä, Zapfseule, wir haben Raum Oh, ich hab einen Ofen Ist das ein Zombie oder ein Mensch? Wir wissen, wir haben uns den letzten Menschen gesehen Boah, keine Ahnung Ey, hier spielt schon wieder jemand Chormusik Das muss nicht alles bedeuten, wir werden alle sterben Wir habt Tag 10 erreicht Ihr seid mutige Leute Ihr spielt irre Ich hab ne Orge Und dann kommt wieder diese Musik zu Was hättest du für einen Flakbildfernseher? Was wir eh nicht anschalten können wahrscheinlich Na, sei nicht so Jason Oh, warte mal, es war kein Flakbildfernseher, oder? Was? Was? Seiler Nägel Hallo Nägel! Hallo Nägel! Hallo Jason, ich hab das an Backupen gefunden Wieso kann man diese Scheiße nicht wegmachen? Ey, hier fliegt was rum, ich hör jetzt irgendwas rumgreifen Jason, jetzt übertreiben, ey Ey, du hörst das ja grad gar nicht Was hast du hier gemacht? Ich weiß nicht, was du meinst, dass ich hier bitte rumfliegen soll Ach, das ist nicht ruhig? Ey, ich hör diese ganzen Kü... Sag mal Was hast du hier falsch gemacht? Man kann hier nicht springen Jason, es gibt immer noch den Ausgang durch die Tür, die du hier platziert hast Okay, Zombies, wo seid ihr? Nein, ihr macht's euch langweilig, warum sei, kommt ihr nicht Was? Sie haben nicht gedacht, nein Okay, sie sind dägen, wir machen das nicht nochmal Genau Oh, man hat's ja aufgelacht, okay Okay Tyler Hallo? Tyler hat grad ne Leiche Was ist hier passiert? Ich weiß nicht, dass es überhaupt hoch ging Na ja, schick, dein letztes Folge... Die gelöschte Folge hast du ja was in die Luft gejagt Ja, ist das einfach nicht gelöscht? Ja, es war nur diese... Es war nur die langweilige, also alles gut Niemand braucht langweilige Folgen Um 6 Uhr gehen wir los, okay? Scheiße, ja Hallo, um 6 Uhr geht's los Ey, schon wieder diese Kack-Orgelmusik Hört da rauf! Ihr kotzt mich an mit eurem Hoor Ich bete zu Sata, ooooh Hallo Du riechst auf zwei Stühle, ey Ooooooh Diese Musik kotzt mich so sehr an Nein, nicht so Bin ich jetzt Backkeeper gefunden Tschüss, morgen geht das Du musst runter Richtig Ja Es ist 7 days to die Es ist 7 days to die Was hast du erwartet? Das wird das ganze Sinn ja Da haben wir aus dem Backofen und so Boah, er... Ob ich diese Schränke jetzt benutzen kann? Ja, klar kannst du sie benutzen Ich hab sie gerade erst hingestellt Warte Test Oh mein Gott, die funktionieren Oh mein Gott, ist das geil Oh mein Gott, ist das geil Ich mach diesmal keinen Laden Hier können wir einfach Mein Sofa Hier können wir uns einfach nur die Zone reinpacken, ne? Was wird mit dem Raum hier? Das musst du wissen Ey... Ich hasse das Hier ist meine Schlafsache übers Rings, ne? Keiner, mach dir mal wieder eine Schlafsache Ja, und... Ja, mach einer Verständnis Im Rehens mit L2 kannst du es, die kannst du halt drehen Wieso machst du es nicht? Aaaaah, mein Herzen Woher gesagt, wer zuerst Hier ist schon wieder diese Kackchormusik Aaaaah Na, 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 na Ich hatte was fast in den Toten Schreck Naja, eigentlich nur durch Wie? Dieser hat eigentlich die Taschenlampe Leben Weil, da ich das weiß nicht, bin ich die Taschenlampe Warum ist es auch immer so dunkel drin drin? Ah, man kann mit der Taschenlampe rauchen Tyler Dieser habe ich so, da brauche ich sowas in mir drin, ne? Das ist die Couch Was ist das? Oh, es kaputt machen Kaputti Hat der Müll, dein Jesus Mann, da war das Haus geil Kaputti machen Ich mach' doch mal, was ich bisschen mit dir schau, da ist keine Bilder Ich geh' nochmal raus, ne? Gucken Kannst du ja machen Was kannst du ja machen? Ich hätte eine Eule Sollen wir sie essen? Nein, was willst du mit einer Eule? Essen Ich geh' jetzt erstmal meins zu machen Weil ich hätt' nicht voll vergessen Aber was ist denn denn, ich hätte das ganze Zeit machen sind zum lief ich verstehe nicht mehr dieses spiel es ist nicht groß ich habe dort unten mein schlafsach da wo du gerade bist genau gucken oben in den oberen reingucken wenn du was blaues ist dann ist das natürlich 5 Uhr um 6 Uhr gehen wir los wir haben noch 6 hallo 19 Uhr 30 19 Uhr 30 mit Sven ja es ist 19 Uhr 30 ne 43 krass da da spielt hier jemand mit einer Kettensäge warum bist du Kettensäge warum bist du Kettensäge da ich lass mal die Tür auf Jason oh Gott wir werden auch nicht sterben der ist eh kein Zombie komischerweise komm mal raus komm mal raus komm raus komm wir kommen mal hier ein bisschen erkunden die ist gespürt übrigens ne ich kann sie schießen sein ist das ist hingewer inklusive der hat ein er hat es so du hast mich hier sind nicht nur welche hier ist noch eine tür die ich aufmachen wollte nein wieso ist jede tür gesperrt k kannst du jetzt einfach mal aufhören mit diesen Kack-Raketenwürfe die Rakete die sind überall explosiv fest das ist dir aufgefallen ich hab da drin was drin gepackt Waffen da drin waren Waffenmonition so wollt man doch da hinten ich glaube die kommen auch schwer also ich mach das mal auch der ziel ich stehe in diesem spiel auch gerade was wo sind die zombies ich hab keinen bocken wenn die zum ständig verschwinden Oin, vorm Haus! Boah, klär da doch, du Hurensohn! Mann! Was ist denn noch so? Hör auf auf den Tisch damit zu schlagen! Okay, so heißt es gehe ich doch da oben! Das heißt, das kann ich mir nicht mehr mal länger bieten! So! Ich glaube, ich mach das halt mal auch schwer! Nein! Ich will Zombies! Jason, die laufen hier nicht rum! Aber das hat auch einen Grund, denn wir haben die meisten mit geschlachtet! Wir haben gerade erst angefangen mit dem Spiel, die kommen doch alle! Deswegen muss man so beschäftigt sein! Jason, was ist eigentlich diese Person? Was ist denn? Ah, da ist nur Scheiße, das wäre im Raum! Wir gehen los! Baum! Da ist ein Ringer! Klar geht's, wo geht's dann? Komm, Karte! Oh, falscher Knopf! Komm! Von hier aus müssen wir... ... nach da! Dann los! Jetzt dreh dich mal kurz, dass du etwas nach da gehst, dann weiß ich nicht, welche Richtung wir über dich gehen müssen! Ach, wir müssen diesen Weg folgen, ne? War das nicht der? Wo bist du noch mal hier lang? Jason, wo bist du? Ja, 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 geh, ruhig dich doch mal! Wenn es aussieht, ich muss es ja gar nicht machen. Ich schieße die ganze Zeit. Was warst du bitte? Das warst du? Das war ich doch nicht. Was warst du denn da? 102 Grad. Warum kommt mir das so schnell vor? Jason, war jetzt krall. So, okay, jetzt muss ich mal wissen, wo wir auf der überhaupt gerade gelangt sind. Wie kommen wir so schon nach Dort? Achso. Na gut, das hat jetzt ja einiges. Wir müssen nur noch diesen Pfad verhalten. Wo willst du hin? Ja, komm jetzt! Mal los, komm, wird falsch. Nein, wir gehen gerade richtig. Und außerdem habe ich eine Waffe dabei. Du spielst so eine Frau, deswegen bist du okay, hört sich. Jason! Ich bin einfach nur heiß. Ich bin einfach 90 Grad, ich bin heißer. Lecker, Hase. Du Wichser, wegen dir ist der Hase abgewinnt. Wegen dir ist das Hase. Wegen mir. Ich bin in den Arsch geschossen. Du hast uns jetzt rinnt, Arschloch. Ja, hier wissen wir jetzt. Und dann. Ich will es da, Hans! Egal, Hauptsache wir haben ein bisschen von Pflanzen und so. Jason, komm zurück! Ich will Natur. Ich will Grünzeug. Ich will ein bisschen Grünzeug. Ey, ich wüsste nur, weil du wüsst. Ja, guck, warum hast du diese Zoll? Zombie! 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 Haha! Das ist doch bitte jetzt ein Scherz. Wie hast du dich gerade bitte umgebracht? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie unter dem Zombie waren MINEEN! Nimm dir ja links. Links von dir war gerade eine Mine. Was ist MINE? Wir sind jetzt hier MINE auf einmal. MINE-Bed. In den Zimmer. Na, Jain, wo bist du denn jetzt gelandet? In der Wüste. Alles gut. Was? Na ja, du hast die Landkarte, als findest du den Rückserker schnell möglich. Hm. Die Storland zu sein. Wo bin ich jetzt? Am Arsch der Welt. Ich bin einfach im Kreis gelaufen. Oh, was nichts anderes? Ey, irgendwo da, wo du bist, dann liegen, irgendwie aufpassen. wir haben hier kein Gefängnislager oder so das haben wir bisher auch noch nicht gefunden Alter, die laufen jetzt gerade überall zum Mischum, aber ich seh keine Wo kommt jetzt dieser Nebel her? Tyler, komm mal zu mir, ich bin der grüne Punkt auf deiner Karte da oben So schnell, ich geh jetzt auf den Weg Ich bin nicht heiß, ja Ich bin witziger als du Hier ist irgendwas in die Luft geflogen, das will ich mir jetzt mal angucken Ich find das schräg Genau hier bei dem Baum, ne? Ja Ist irgendwo hier was in die Luft geflogen Wo ist mein Rucksack? Ich hab'n Lauf? Da wo mein Rucksack liegt ist ein Bundeswehrlager Tyler Ist egal, ob's auch, ich kann mich erneuer rüsten, ne? Na ja, du weißt ja gar nicht, warum das da so ist Scheiß jetzt auf diesen Rucksack, ich jeder nicht mehr hin Was sind denn Sachen? Weil wir sind immer noch auf dem Schrieb, Mo, das falls du dich erinnerst Ja trotzdem, so besser Besser jedes Mal Welche Richtung muss ich dir folgen, ist die Sache? Links Darunter wahrscheinlich Nein, jetzt geht's Guck da, bin ich ja schon, das ist dir ja schneller als gedacht Guck's dir ihm an Oh mein Gott, Jason, schau dir uns an Tyler, wir treffen uns gleich bei diesem Bundeswehrlager, ne? Oh mein Gott Hallo Ja, wenn du zuerst da bist, dann kannst du das nächste Mal ein weiteres Versteckung Ja, falls einer was uns nicht hat, den Milo fliegt Naja, Jason, du wahrscheinlich, deswegen, ich bringe uns gleich an den Bienen weg Wer hat das da eigentlich kaputt gemacht? Nicht Toll, Jason, der hat sich jetzt mal wieder stärker, ja, ja, gerade sorgt Wir liegen überall noch rückstück, also was ist das da eigentlich? Und so viel ist ja auch wieder nicht passiert, das hast du selbst gesehen Was ist das da? Dreck Kannst du das Schroffhaufen? Dreck Du bist da hinten liegen, dieser Metallbasten Guck dir das an, und guck dir da 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 da, sag dir, ich sag, du warst das, ne? Du hast ja noch in die Wand geschossen Danke, Jason, für uns zu verdärmen Meine Büsche, meine leckeren Büsche, ich mach mich mit Was ist das Kartoffeln? Kannst du das in den Planeram werden oder so? Soll ich mit Kartoffeln? Reiner, wir treffen uns bei dem Bundeswehrlager Ja, mein Tissen Oh, scheiße, Jason Ja, juckt jetzt kein Aber wenn der Nebel gerade nicht so heftig ist, kannst du mir wehren, zu sehen, warum das sieht so komisch aus Tyler, was macht der Zombie, was hat der Film da? Oh mein Gott, hier ist ja gar kein Boden mehr drin Na ja, Jason, dieses Haus hat irgendwie auch geflüchtet Ich, passt eigentlich die Falle gut, der hat so geschießt aus Der ist wirklich sehr Oh, drei Zombies hier bei unserem Lager Oh, ein Schuss ist tot Na ja, lass ich mir das mal oben anschauen, oder? Tyler, wir treffen uns beim Lager, Bundeswehrlager Oh, scheiße, warum hast du denn oben an? Tyler, Bundeswehrlager Ich hab' die Klappe Ich hab' was faireres hier Oh mein Gott, Eskalation Oh mein Gott, Eskalation mit Zombies Oh mein Gott, Tyler, da wo mein Rucksack ist, ne? Ja Da lauf' ich jetzt hin, warte auf dich Der im Blauen Der bei mir ist, an der Karte Ja gut, da wo unser Zuhause ist, sind jetzt 8000 Zombies Ich sagte, 8000 Zombies sind bei uns, sind zuhause Ich hab' grad ne Armpost Oh mein Gott, hier sind zwei Lootboxen Ich hab' die Klappe Ja, Tyler, ich bin hier, hier, siehst du das? Ja, ich bin gleich da hin Na ja, weißt du, ist das schon mal schöner aus? Oh, hier sind wir als Zombies Ich hab' überhaupt kein Zombies, das ist echt komisch Mhm Das musst du ja sagen, ne? Ja, hier sind jetzt ein starker Draht Die Klappe Wo sind wir da noch nie, dass hab' ich so sehr ein Ort hat, barrikadieren? regiertieren da kommen jetzt mann nicht noch mal ich bin da ich muss in die Horrorhaus recht hier ist mehr Horror als keine Ahnung wo bin ich denn hier verreckt naja, hallo, und zuhause schrauben na gut bin ich hier? oh mein gott die sind überall mean ich hab mehr angst von den mean als von keine Ahnung scheiße, jetzt mal wort ich auf die Zombies na klar ich nein, na, wo bist du bleib mir grad auf den Weg zu dir mach, beweg mir deinen Arsch warum bist du doch dorthin, achte mit dem mean ne, der Hirsch ist grad gestorben er ist durch die mean gegangen mach, passen ne oh mein gott sicher, clear, clear ich muss mir einen neuen Rucksack machen übrigens, ne mein alter ist ja ziemlich kaputt gegangen in dieser Folge hab ich meine Sachen verloren naja, tausend Macnip-Kugeln müssten reichen, oder? und keine Ahnung und keine Ahnung Sturmgewehr mach ich immer so unendlich, ne hat ja gesehen ich spiele gerne nur mit Sturmgewehr, oder? ja, das ist jetzt nicht geht da runter Schaufel meine Sniper muss ja auch wieder kommen, ne Maschinenpistole Maschinenpistole hatte ich auch, ne Sniper, Maschinenpistole Donnerbrecher Donnerbüchse da bin du siehst doch den coolen Pfeil der wird immer dicker pass auf, du bist schon da da ist ein Engobin da, das leuchtet ja ich glaub das ist ne Sonne nein ja du warst bei mir ich hab's gehört ja natürlich weil's auch direkt vor meiner Nase ist hmhm kannst du jetzt einfach einmal in mein Kack-Leben aufhören ich hab schon alle entschärft sicher deswegen haben wir auch nur ein Tränen in die Luft fliegen gesehen hier ist schon, das hat einfach gar nichts geändert guck doch einfach auf den Boden ich bin sicher ja hier bleiben wir jetzt ne Weile ne nein, es geht gleich mit sowieso ein paar anderen zu Hause aber wir wissen ob wir hier neben draus kommen ohne einfach in die Mien zu treten ich bin doch überhaupt niemand aber meistens hin bist du hör auf ja ich bin doch nachschau weißt du nicht bloß den kann ich tatsächlich wieder spreng ich bin in dem anderem den kleineren da ganz vorne dich halten wir sicher ja ich bin dem nebenan ja den da bist du nicht ok hab ich nicht grad gesagt ich bin nebenan ich seh's die ganze Zeit wo ist neues hier oder was ja ja ich bin grad beschäftigt ich muss meine Sachen wiederholen wie man das Spiel kennt dich mal rum meine Sachen ja wieder alles wegen dir ich bin da wegen mir du asser das ist wegen mir du asser du asser das ist wegen mir du asser du asser du asser du asser du asser du asser mhm sympathisch Essen brauch ich hier ne ja nämlich das hier muss man das garen kann man das ja doch wir müssen garen essen aufgaren hallo ja ok ich geh jetzt wieder zurück nach hause noch nicht wir gehen gemeinsam aha sag mir wenn einer von uns sterbt dann ist er halt so tschüssi tschüssi das sag er oh scheiße nein davon kann sich rausgehen das wird gefährlich oh mann er ist zu machen was ich im Dorf ausgeriebt Zeiler ich bin hier rein gekommen ne vergess es ich bin wohl alles oh maaaaan Mann! Ich bin überall mean! Das gefällt mir nicht! Hört doch auf! Hört auf mit diesen Kack-Meen! Okay, Jess, wir sehen uns aufer! Hm, Schlafsack, Schlafsack! 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 Wieso werd ich eigentlich gefühlt noch von Zombies angegriffen? Ja, da hab ich Glück aber! Pass auf, irgendwo bei uns im Lager laufen noch über tausende rum. Okay, wer stöhnt hier? Ich stöhnt so, dass es immer jemand anders ist. Von daher, ja! Ja, hier, grade jemand wie alt hätte er grade so frisch. Weißt du wie, das sechste Leute, das in unserem alten Zimmer war? Ja, ich glaub, der ist gekommen grade. Du weißt, was das heißt. Die sind no friendly! Ja, das ist geil. So mindestens nur ich bin no friendly. Leila, hast du ein bisschen Hunger? Nein, ich muss einfach nach Hause! So! Oh, krass! Hier stimmt schon wieder jemand, ey, fuck langsam ab! Ey, ich bin ne schnellere Richtung gegangen! Kann das sein? Nein! Ach, guck mal auf die Karte! Entfernt sich ziemlich weit weg! Und also nehm ich dann uns oder bei mir! Ey, ich bin schneller zuhause als Zypi! Wie kann das sein? Wo sind die Hunde? Oh nein! Wir haben jetzt schon 18 Uhr! Ich höre jetzt Zombies! Achtung, wir müssen die Stadt sichern! Das wird ne reizenvolle... Oha! Mann, scheiß Kakteen! Was? Au! Die scheitesten Mistkerle, die... Alter, treffen vor der Tür! Treffen vor der Tür! Ich bin schon zuhause! Ich bin schon zuhause! Ich bin schon zuhause! Ich hab' nicht eigentlich die richtige Lisse hier! Ich hab' mein Schlafsack gefolgt! Weißt du was? Ich geh' einfach rein! Tyler! Tyler kommt wahrscheinlich hier nicht rein! Ich hab' zwei Elf! Ich baue mich nach oben! So! Oh! Wie viele Berge muss ich bitte erklimmen, um da rauszukommen! Mal gucken, wo ist Tyler! Ich seh' die Jammerte! Wieso flaggern unsere Pfeile? 20 Uhr 6! Toll! Wir haben fast noch drei Tage! Wenn du da bist, dann beende ich das Video und dann guck' ich einen Film! Weiß mir aber wenigstens erstmal nach drin kommt! Ich sag' dich erst, wenn du zuhause bist! Nach Hause ist immer zu schön! Wieso raucht es da? Warte mal, wieso raucht es da hinten? Wo? Achso, Sturm! Nein! Denn was ich da hinten gesehen habe, ist ein Tornado! Lass uns lieber gerade leben! Lass uns über ein Tornado sein! Jason, los! Ich bin Splitterfassernack! Ich liebe es! Jetzt mach' die Tür auf! Nein! Jetzt mach' die Tür auf! Dann kommt ein Tornado! Mach' die Tür zu Jason! Nein! Dieses Video hier! So, jetzt muss ich mich kurz kleiden und dann beende ich dieses Kackvideo! Ja! 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 Gott, was haben wir hier so alles! So! Ich nehm' mal das hier! Ich mach' noch'n Backofen hier oben hin! Und... Ey, nein! Scheiß doch! Mach' kurz noch einmal! Hier sowas hin! Ah! Nein! Ja! Scheiß doch drauf! Ach, ne! Finde ich nicht gut! Ah! Ne! Immer noch nicht! Ah! Ich zieh mir ne Sonnenbrille an! Was ist das? Ne Nachtsichtbrille? Naja, besser als gar nix! Macht ihr das dann auch? Wow! Ah, guck mal! Teiler hol' die Nachtsichtbrille! Teiler! Hol' die Nachtsichtbrille! Teiler! Hol' die Nachtsichtbrille! Ja! Warte mal! Geh' mal auf Viereck! Auf die... Auf die Glühbirne! Und hier bei der Kleidung! Hier! Nachtsicht! Nachtsicht geriet, oder? Ja! Wir brauchen die Taschenlamme nicht! Ja! Ich hab's grad gesehen! Du machst das hier! Mit der schwarzen Pfeilkreuz nach links! Also mein links, ne? Hallo! Was ich bei mir ein Eisdinksempfehle! Ja! Lass das einfach da! Ja! Ist doch jetzt auch scheißegal! Genau wie du! Ich glaub ich hab die Frau vorhanden! Kann das sein? Ja! 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 Hallo! Hier! Hier! Hier liegt ne Nachtsichtbrille! Warte mal! Wenn du einmal eins davon richtig errätst! Die sind drei! Welches ist das? Das ist richtig! Das ist die Spinnweben! Du kannst übrigens Sachen verpressern immer noch, ne? Weiß nicht! Beim Sofa liegen dreitausende Sachen! Wie? Kannst du die jetzt mal gucken? Ja! Hier bei mir liegen dreitausende Sachen! Im 1er von ist ne Nachtsichtbrille! Schwarz-Sonnenbrille! Weiß Muskel-Shirt! Hier jetzt ist das andere! Sicher nur zwei! Früher ist es einfach verpufft! Okay, warte mal kurz! Arte! Ich muss es mal wieder finden! Hier habe ich es! Hallo! Markus! Wer ist das denn? 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 Du kannst sehen? Guck doch! Guck doch! Sieht so freaky aus! Wuuuuh! Wie ein Geist! Wie ist das denn? Ich bin so leise aus! Es ist eine Schroppbute! Na, aber eine schönere Schroppbute! Und wie ist die? Ach! Schwarze Pfeiltaste! Die andere davon musst du drücken! Wieso da? Ein Stück, ne? Ja, die andere die nach links geht! Ah! Raus! Irgendwie grell! Ja, warum wohl? Es ist auch ne Tanks! Geh' mal raus und teste sie mal! Nein, warum hast du es nicht? Ok, ich teste sie aber! Oh, das ist hell! Oh! Während ich... Fürs Erste... Wo ist die Tür? Oh, guck mal! Ich seh'n Zombie da hinten! Ich seh'n Zombie da hinten! Geil! Ey, ich bin rausgeschwitzt! Oh, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein! Hier kommen wieder Geräusche! Nein! Hordengeräusche! Hordengeräusche! Vielleicht kommt wieder ne Horde! Dann werden wir wieder gefickt! Wir nehmen so netto am Arsch! Da ist ja was hier noch! Den Tapptippsperr! Oh, Tyler, ich bin gepanzert! Oh, Tyler! Ich bin gepanzert! Ich bin gepanzert! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Tyler, ich habe was gefunden, womit wir unsere Hitze abkühlen können! Wir brauchen Wasser einmal und ein Riesenloch. Das Riesenloch kannst du gleich hier vorne irgendwo hinbauen. Weißt du wie lange sowas dauert? Jason, weißt du was dagegen hilft? Eine Rakete! In unseren Garten. Nein, nicht in unseren Garten. Das ist hier vorne. Irgendwann hat sich das schraubt. So spät, du hast grad schon gesagt, okay. Hey Jason, weißt du was die immer ist? Ich hab noch mal an und so lange hat sie nie zu oder zu nicht stand. Fragt mich von warum. Lass dich bitte heißen. Ey, das ist irgendwie immer so heiß. Was ist das? Ich verkau... ich tu mal eine Sache davon in die Kisten, ne? Ja, die Sachen kannst du eigentlich verkaufen. Die ich nicht brauche für... oh und jetzt kommt wieder der Chor. Wir sind der Chor. Wir sind der Chor. Wir sind der Chor. Diese Arschgesichter können uns nicht sehen. Oh, was ist das denn hier? Ja, 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 ja. Ich komm hier schon. Mann, Zeigler. So. Ich teste mal kurz eine Anziehsache. Eine schwarze Lederjacke. Okay. Und was weiß ich das jetzt? Wie sieht das aus? Ja, vielleicht, keine Ahnung. Ja, kann man aber... Ja, hier sind Zombies. Ja, sie hauen aufm Bo... Ja, ich hör sie. Die hauen grad ne Kühlschmarschine weg. Wo? Ich weiß nicht wo, aber ich glaub die sind hinter uns am Haus. Ja, sie sind hinter uns am Haus. Die sind nicht überhaupt niemanden. Irgendwo hier sind Zombies. Achtung. Vielleicht haben die so ein Gebäude dafür. Steiner? Steiner! 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 Steiner, rein hier! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Steiner! 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 Oh mein Gott! Steiner! 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 Ah! 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 Wo kommt die alle her?! Die Eskalation! Die sind einfach nicht... Oh mein Gott! Die kommen alle aus! Einmal aus! Leider, die kommen alle von der Straße! Leider, die kommen alle von der Straße! Leider, die kommen alle von der Straße! Alle alles raus, was du hast! Au! Au! Ich bin nicht lecker! Ich bin nicht lecker! Ich bin nicht lecker! Das ist ein tolles Elefie zu dir für die Sendung! Ich bin nicht lecker! Ah! Ich bin nicht lecker! Was ist das?! Was ist das?! Was ist das?! Oh mein Gott! Was ist das?! 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 Oh mein Gott! Okay, Leute, das ist ein Eskel und das ist ein Eskel und das ist ein Eskel und lasst einen Like da, wo die will, tschüss, bis nächstes Mal, haut rein, tschüss.